hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von dead by dala heute wieder bei der gute peacemaker der gute lasse die panthere meine wenigkeit und der michael als ich werde mir ganz viel mehr geben aufpassen dass ich nicht keinen lachkampf krieg du wirst noch genug lachen spiele weil sie angst davor haben die horrorspiele spielen michael weil sie angst davor haben das hört sich gut an ich werde mein humor und lachen und horrorspiele hat man irgendwie voll viel angst das ist eine art von stressbewertung nein wir sind in der schule das wird spaß machen der schule hallo ich sehe da auch schon jemanden ist auf jeden fall schon mal raus der ist zu alt ich sehe euch und höre euch und wo seid ihr lass laufen gute idee ach du scheiße komisch auch verwirrend ok die map ist auch ein wenig wenn aufgebaut möchte ich anlecken so zwei häuser und mag schon sein ja und der keller ist echt komisch auch Ah Fui, Fui, Fui Hallo Lasse Hallo Michael Oh boy Das war jetzt unlucky Ja, aber dass ich die nicht getroffen habe, war auch unlucky Was? Oh Ups Tschüss Okay, dass das auch geht Ich bin grad geärgert, oder? Ich bin grad durch den Boden Ich bin grad durch den Boden Teleportiert Ja Ich wusste nicht, dass das auch geht So, dass man wenn man runter guckt, einfach runter Ja, was ist ich? Ja, hab ich gemerkt Hast du jetzt mal auch schon gemerkt? Nein Nur, dass ich halt so ein bisschen Soll das laufen bis weg kann Ja, ja Ich hab die gute Richtung geguckt Jetzt Du solltest aber nicht zu mir laufen Ja, ich wollte da durch Das ist das Fall ver- hä, danke Weißt du, ich bin total ruhig gechillt Ich bin total ruhig gechillt Ganz ruhig Hallo Oh Verdammt 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 Ich tu dir nichts Ja, das tut mir wirklich klein Keine Ahnung, wenn ich da runter geholt hab Ich hab mich selber befreit Achso, eh gut, das ist auch lucky Das hat bis jetzt erst ein einziges Mal nicht funktioniert Ach, das ist jetzt richtig an lucky für dich Ja Ich würde ja spielen, aber so, aber das ist halt ehrlich Weil ich mich relativ nicht teleportieren kann Und das ist halt Glück Mhm Ne, ist ja, ist ja kein Akt Passt ja Ach, Michael Wieso spricht dir auch nix dagegen, dass du das, äh Dass du ja auch mal erfolgreich bist Ja, ich bin ja schon eigentlich erfolgreich So ist es nicht, so Ja Letzte Runde 2 getötet Nö Halt Kacke Dass ich euch kaum seh Oder finde Alter, du willst es auch nur Warum? Jetzt hab ich... Jetzt hab ich dich möglicherweise verloren Ja, Gott sei Dank Warte auch nicht Warte auch nicht, tut mir leid Ja, ich bin ja auch nicht Zu zählen Ich bin ja nicht von deinem Stromkasten da trocken Du, Strom rausgekommen ist, holy shit Oh, alter, alter Shit, so kann ich da drinnen, da kann ich alle drinnen, aber du kann nicht drinnen Ich bin ja auch nicht da Nur weg da Ich werde raus Nur weg zu raus Aus dem Keller Ja, der Keller ist fies Geh weg von mir, du bist hässlich! Hä? Will ich dir beleidigen? Ja, der kriegt nichts dafür. Geh weg! Wenn's so ist, dann muss man's sagen. Wir wollen keine Behinderten beleidigen, das ist unfair. What? Das war jetzt verletzend. Das war jetzt echt gemein. Für Behinderte. Was wär jetzt... Als du das gedacht. Oh, Gott sei Dank. Schlimm, oder? Ja, ich bin froh, dass ich von hier wegkommen bin. Oh, da hat's immer wieder geschlagen. Mhm. Noch zwei Generatoren. Hä? Tick-tock. Alles gut. Ich weiß. Ich war gemütlich, weil sie so gerade viel... Öh, da geht's weiter. Unten finde ich halt richtig verbind. Ja. Was erschreckt ihr euch? Du haust Leute, weißt du, was da passiert? Ich hau' keiner. Das ist das G-Tack-Winner. Oder Trank. Das ist so... Ich hau' aber keine. Ich bin getretet. Immer noch Iron Man, nicht deine. Hui. Huh? Hä? Warum bin ich wieder unten? Nein. Scheinbar ist das hier so ein bisschen verpackt, habe ich den Eindruck. Ich find's gut. Ich find's gut. Ich find's gut. Das war nämlich eben haarscharf für mich. Alter, das... Boah ey, man darf echt keinen Zentimeter runter gucken und da so. Und du gehst nach unten und da war ich du ganz gleich, ey. Eigentlich wollte ich so ganz leicht nach vorne teleportieren. Hätte mir ja schon gereicht. Ist jetzt ärgerlich. Ja, ich bedauere das für dich auch mit. Da war die erste Map sogar einfacher, ey. Und hier... Du hast den Platz gehabt. Du bist wesentlich kleiner. Nein, du konntest nicht nach unten. Also ich muss ehrlich sagen, die Map ist wesentlich kleiner. Ja, möglicherweise. Aber hier geht's halt hoch runter und das ist mit teleportieren doch nicht angenehm. Weil scheinbar brauchst du nur ein wenig nach unten zu gucken. Ach nee, komm her. Ja, und jetzt... Ist klar und jetzt gehst du nicht durch das... Ach komm. Nix wie weg. Ey, das ist dann nur zum Kotzen, Alter. Hey, geh mal dann weg da hier. Hast du hört? Mekia, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich weiß auch nicht. Ich will mir ein paar Leute fangen. Ich geh lieber weg. Das ist mir zu gefährlich. Ich komm in den Keller. Alter, Vater. Oh, oh. Ich bin überfetzt. Ja, ich... Alter, Vater. Das Problem ist, die Karte ist ziemlich dunkel für irgendwelche Generatore zu sehen. Hm. Mhm. Kräut, mein ich. Okay, wir können zum Ausgang. Ja. Ja. Die Plage ist doch jetzt nur wurscht, denn da sind wir hier so ein Mescher, ja. Irgendwo... Nicht da, wo ihr seid. Nee, die hebt immer noch! Ich bin JWD, Jans Weidwesch. Jans Weidwesch. Oh Gott. Wo die Tür ist. Sieht mich schnell zum Klick. Und dann macht ihr das Tor auf. Ich weiß, komm, ich mach's euch einfacher. Hallo. Hi. Kommt! Ich geb euch sogar ne Öffnung. Und tschüss! Ja. Wir haben das andere Tor auf. Kannst's abhauen. Ja! Okay. Alter! Okay, das ist aber richtig eklig mit diesem Hunter. Immer gut, immer gut. Komm, Demon! Das erste Mal war ich mal nicht am Haken gewesen und nicht gestorben. Ich bin nur weggekommen vor ihm. Ganz arschhaft. Sehr gut. Demon, such die Luke! Ja genau, ich such die Luke jetzt. Ich helfe dir sogar. Mhm. Ähm. Demon, lauf! Demon, lauf! Da. Aber wo ist die Luke? Hm. Ja, aber wie gesagt, das ist echt, boah. Und, um, um, um. Vor allem, ich hab echt gedacht, ey, jetzt hat er mich. Und nun schaffst du im letzten Moment über die Blanke drüber. Wenn wir mal schnell bereit drücken, kann der Michael noch ne Runde versuchen. Nee, nee, nee. Passt schon. Ja, sonst müssen wir jetzt abbrechen, noch 12 Minuten. Ach, ja, gut, warte. Du warst schon so langsam, um uns zu grehen. Ach, so langsam. Na, aber so, ja. Das drücken alle schnell bereit. Das ist mir, Baby. Das ist mir, Baby. Das ist mir, Baby. Das ist mir, Baby. Das ist schön dunkel. Hm. Ah, ja. Okay. Und unten im Keller ist ja auch der, der Schlafplatz von Freddy. Ah, ich war in dem Keller, sorry. Da hab ich es so nicht aufgeacht. Da hat mich da halt die neuesten auf die teleportiert, deswegen bin ich da drunter gegangen. Jetzt hab ich irgendwelche random Peps genommen. Wahrscheinlich, sei ich, äh, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ah, du glaub ich hab ja auch eine Sache trotzdem vergessen, ey. Ups. Egal. Ja, ich hab dann, merkt's euch, kannst du wahrscheinlich vergessen. Ah, ne, ich hab dann doch dabei. Ah, ich hab glaub ich trotzdem eine Sache vergessen, das kotzt mich an. Oh, je, je, je. Ah, ich wollte jetzt einen anderen, glaub ich, das Spiel. Warum hat Lasset das andere dunkle Reagenz? Bin ich nicht. Ich. Warum? Ich. Das habe ich. Ah, je, je, je. Das ist alles. Ich mag's neblig. Mhm. Silent Hill Vibes. Ja, 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 klar. Am Schluss krieg ich ja auch die Haut abgezogen. Mhm. Oh nein, bitte nicht. Ja. Äh. Ich hasse die. Bitte was? Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Das, der kann das aber richtig gut, der Pyramid Head. Er macht das in einem Schwung. Macht's flutsch. Und weg ist er. Ja, Lord Demon, ich wollte irgendwann noch schlafen gehen heute. Bitte. Oh, die beste Karte der Überlebenden. Ach du Schande. Ich ahne Schlimmes. Ich weiß es überhaupt nicht, wie... Alter, ich hab keine Ahnung was. Das große, das große zu in der Mitte ist halt super zum, zum Loop. Und er kriegt das alles gut. Wenn man satt kann. Okay, ich glaub ich versteh ihn. Ah ja. Guck mal, schlafen wir nicht so, alter Mann. Er surft? Ja, er spielte geil. Oh nein. Kleino überschla, ey. Du bist ja gar nicht fies. Der sah interessant aus. Ja, ja. Ich hab jetzt irgendein random genommen. Und random perks. Ich hab wahrscheinlich voll die unpassenden perks genommen, ey. Kling, Klöckchen, Klingelingeling. Ich hab kein Kaltrückenschau dabei, das ist jetzt ärgerlich. Was dabei? Ich hab kein Kaltrückenschau dabei, das ist jetzt ärgerlich. Warum? Na, das... Was macht das? Da kann ich dich sehen, wenn du unsichtbar bist. Ah, das tut mir aber sehr leid. Kling. Ah, guck's. Frage das halt trotzdem auf. Hm. Oh, fuck! Weg da! Ja, ist doch! Diesmal lass ich dich da liegen, gell? Ach nee. Gnädig. Gnädig, der Herr. Ja, diesmal, diesem bin ich auch relativ schneller. Deswegen... Wie gnädig der Herr doch ist. Gerade was, wär's halt richtig nervig, Mensch. Äh, fuhr. Das Problem ist, ich finde euch nicht. Ach nee. Passiert. Ich finde, das ist eine gute Sache. Du musst uns nicht finden. Eckstein, Eckstein. Nein, das musst du nicht existieren. Ach, das ist doch mal feierlich. Du, 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 du. Warum finde ich nur dich? Das ist echt ärgerlich. Das ist das Blau. Kannst du nicht auch lieber mit dem Gleit rum? Oh, nein, nein, nein. Jetzt geh ich grad woanders, der hier ist. Jetzt können wir mich alle am Arschlicke. Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh. Gute Idee, Dime. Hey. Alter, was ist denn das für ihr Haus? Das ist Topson Haus. Ja, ich weiß, das ist das von Chainsaw Massaker. Ach, nee, oder? Ach, nee, oder? Okay, oder? Was gut ist bei mir? Ob das wirklich so gut ist, Lasse? Ach, nee. Das ist nicht lang, Michael. Irgendwie habe ich heute mal knet für den Michael in der Tasch. Ja, ja. Heute auf jeden Fall, ja. Vielen Dank.